Der bisher größte TikToker für unser Videospiel wird jetzt als Charakter in das Game eingebaut. Und zwar handelt es sich dabei um It's Official Marco. Mit 4,4 Millionen Followern hat Marco mehr Fans als jeder andere Creator in unserem Game. Und das Beste ist, ich musste ihn nicht mal fragen. Denn er hat eins meiner Videos gesehen, in dem ich über das Spiel geredet habe und hat von sich aus gesagt, dass er gerne dabei wäre. Und darüber war ich wirklich dankbar. Denn ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es super schwer für mich, andere Creator für das Game zu begeistern. Viele Leute haben mich ignoriert, mich nicht ernst genommen, einfach gesagt, dass sie keinen Bock haben. Deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass je größer das Game wird, es immer mehr Creator gibt, die auch auf mich zukommen und sagen, sie wären gerne bei dem Spiel dabei. Mit Marco ist jetzt der 18. Charakter fertig, das heißt, es fehlen noch 12. Und wer diese 12 werden, das erfahrt ihr sehr bald.